Wir galten als sicherstes Gefängnis Europas. Alle glaubten, es hätte keinen Schwachpunkt. Du willst doch nicht abhauen, oder? Es ist Zeitverschwendung. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird passieren. Dir ist wohl klar, dass du nicht türmen und danach nach Hause gehen kannst. Nie mehr. Was hast du da? Um vier Uhr ist Schichtwechsel. Einen Versuch. Mehr haben wir nicht. Ruhig bleiben. Kein Mucks, okay? Die scheiß Flossenhoch, aber schnell! Hast du weißt, was darüber... Hast du weißt? Grat Ghost? Hast du weißt? Hast du weißt? Oder was du weißt? Alles. 2-3. Einen Versuch.